Hi, hier ist der Markus von Fahrerscheid Fitbikes und wir sind hier bei Simplon am Silk Carbon. Wir haben ein Rad gefunden, ein Rad, was komplett integriert ist. Du siehst keinen Akku mehr in irgendeiner Form, nichts mehr oben aufgesetzt, mit einem schönen Carbon-Rahmen. Das heißt, wir haben keine Schweißnaht in irgendeiner Form. Was fällt auf? Es ist ziemlich weit runtergezogen, also die Stange ist nicht so weit oben. Warum? Das Ganze ist ein Unisex-Modell. Das heißt, es ist für Herren und für Damen gleichermaßen gedacht. Und was noch auffällt, es ist eine normale 30-Gang-Schaltung an dem Fahrrad verbaut. Also wie ein normales Fahrrad haben wir 30 Gänge und der Motor sitzt nicht in der Mitte, sondern hinten am Hinterrad. Damit haben wir ein sehr schönes direktes Fahren und es schaut natürlich optisch noch wie ein ganz normales Fahrrad aus, bis darauf, dass es hier ein bisschen tiefer ist. Was mir besonders gut gefällt, ist der komplett integrierte Gepäckträger. Das schaut mal super stylisch, super schön aus. Und auch hier mit den Schutzblechen. Also ist einfach Simplon-like alles sehr hochwertig gemacht. Ich bin gespannt, wie das bei euch ankommt. Es wird ungefähr im Februar, Januar bei uns im Laden sein und dann könnt ihr es gerne mal ausprobieren und testen. Bis zum nächsten Mal.